Der Albtraum wurde am 17. Juli 2024 in unserer Region, dem Liesingtal, in vielen Gemeinden Realität. Ein verheerender Sturm zog in der Nacht auf Mittwoch über die Region und ließ an die 100 Liter pro Quadratmeter in kürzester Zeit niederregnen. So viel, dass das Wasser nicht mehr abfließen konnte und auch Geröll, Schlamm, Äste und sogar Bäume mit sich riss. In den Gemeinden Wald am Schobobass, Kalwang, Mautern und Kammern wurde in Folge der Katastrophenfall ausgerufen. Feuerwehreinsatzkräfte und Bundesheer rückten in den Folgetagen aus, um die Verwüstungen zu beseitigen. Keller standen unter Wasser, Brücken und Straßen wurden unterspült, ganze Täler wurden einfach weggerissen. In Wald am Schobobass ist ein Tal von der Auswelt abgeschnitten, in Mautern drohte ein Haus abzurutschen, in Kammern wurden Brücken und Straßen gesperrt und in Traboch gab es noch in der Nacht Zivilschutzalarm, bei dem 40 Personen im Ortskern evakuiert werden mussten, weil ein Damm zu brechen drohte. Das Liesingtal wurde auch von den Unwettern nicht verschont, es hat einige Gemeinden gegeben, die Schäden davon getragen haben. Wie hat es in Kammern ausgeschaut? In Kammern, ja, das war, die erste Meldung war kurz nach Mitternacht, bei einem ist ein Steineck, das ist ein Bauer, nicht, da ist der Fluss übergegangen und sagt, ganz geringe war das, nicht, das war dann wirklich ein Riesenboch und mit Schlammmassen, dann waren die Verglasungen, überall die Bäche, nicht, wir haben elf Ortschaften und das dauert halt überall, bis du überall bist, nicht. Wie viele Feuerwehren waren im Einsatz? Ja, wir haben zwei Feuerwehren, nicht, Gott sei Dank, nicht in unserer Ortschaft, Salz und Kammern und dann Löschtzug in Möchl und da waren so über den Daumen bei die 15, 20 Mann immer im Einsatz, nicht, und stundenlang, nicht. Ihr habt seit einer Nachbesprechung, jetzt ist es zum Glück, hat sich die Wettersituation verbessert, kann man schon sagen, was jetzt alles in der Nachbesprechung alles aufgeworfen wird? Das sind die gewissen Punkte, die festgelegt worden sind gestern, nicht, der Bezirkshauptmann hat uns auch besucht, unterstützt uns auch, nicht, mit seinem Team und dann haben wir Punkte festgelegt, was wichtig ist, was noch nicht so wichtig ist und das haben wir abgearbeitet und kann man sagen, vor zehn Punkten sind sicher sieben schon erledigt, nicht. Und jetzt sind nachfolgende Schäden aufgetreten und die werden wir jetzt dabei arbeiten und das machen wir jetzt eh. Was für Schäden sind das vorwiegend? Wasser oder eher Hangrutschungen? Eher Hangrutschungen, nicht, was jetzt da über die Nachbarkeit ist, hat sich wieder gekriegt, nicht, nicht, nicht so viel, aber trotzdem, nicht, es war aufgeweicht und die Schäden wurden heute festgestellt, nicht, durch den Bewohnern eigentlich, nicht. Gibt es Geschädigte auch, die quasi evakuiert werden mussten? Gott sei Dank noch nicht, nicht, und ich hoffe, es bleibt auch so, nicht. Die Umwelt der letzten Tage haben sich ja mal zugespitzt, in St. Michael seid ihr auch nicht verschont geblieben, wie hat sich das bei euch zugetragen? Ja, bei uns war das folgendermaßen, wir sind um circa drei Uhr alarmiert worden zu einer Menschenrettung nach Manstein, dort war eine ältere Frau eingeschlossen in ein Haus und da haben dann von uns die Menschenrettungsgruppe gebraucht, um eben die Frau aus dem Haus zu retten. Und kurze Zeit später haben wir gemerkt, dass bei uns die Leasing auch über die Ufer getreten ist, sogar da beim Rüsthaus und haben eben da weiter in Einsatz fortgesetzt. Ihr habt im Ort quasi ja die Leasing, die sich ein bisschen Gefahrenpotenzial geborgen hat, wie hat sich das ausgewirkt auf die umliegenden Anliegenschaften, Bewohner? Ja, die Leasing ist bei uns beim Ortseingang über die Ufertreten und eben unten da beim Café Nahund bei der Leasingbrücke und dort waren auch die Keller überflutet und wir haben dann in weiterer Folge diese Keller ausgepumpt und mit Nasssaugern bestmöglich trockengelegt. Die Gemeinden informierten sofort über mögliche finanzielle Unterstützung für Katastrophengeschädigte. Beim steirischen Katastrophenfonds kann bei Unwetterschäden bereits ab 1.000 Euro eingesucht werden, sowie beim Caritas Katastrophenfonds unter bestimmten Voraussetzungen. Informationen dazu erhalten sie direkt bei ihrer Gemeinde. Die Höhe der Schäden sind noch lange nicht feststellbar und auch die Aufräumerweiten dauern zur Stunde noch an. Der Schock und die Schäden werden noch lange in Erinnerung bleiben.